Sarah Blitzl, wenn wir das Gespräch vor einem Jahr gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo auf dem Sofa gesessen und hätten uns unterhalten. Jetzt stehen wir uns da gegenüber mit grossem Abstand, Corona-konform, wie wenn wir in einem Duell wären. Für dich als Künstlerin, die sich mit Körper beschäftigt, muss das eine interessante Zeit eigentlich sein, das Corona? Ja, das ist durchaus. Für uns ist es natürlich sehr spannend, auch jetzt die aktuelle Situation zu beobachten. Uns interessiert die Körper grundsätzlich auch immer als Körperarchiv. Vielleicht an dieser Stelle auch, ich spreche immer von mir, weil wir als Dua arbeiten, das sind ich und Marco Miatovic. Also wir arbeiten mit dem Gedanken, dass sich Erfahrungen im Körper abspeichern und mit uns über mitkommen und weitere Interaktionen prägen. Uns interessiert, ob die Regeln, die wir jetzt auch alle erfahren und eingelernt haben, dass Distanz halten, die Angst vor dem Anderen, ob man diese Angst und die Vorsicht wieder ablegen könnte oder wie lange das in uns eingeschrieben bleibt. Was ich sehr spannend finde zu beobachten, ist auch die Verunsicherung. Also dass man eigentlich und gewohnten Abläufe, wie zum Beispiel man begrüsst sich, man gibt sich die Hand oder man armt sich oder man gibt sich sogar ein Küsschen, unterbrochen ist. Also man haltet rein und weiss aber dann stattdessen nicht, was jetzt weiterhin passiert. Gleichzeitig beobachten wir Situationen im öffentlichen Raum, auch an Beispiel von uns selber, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir Angst haben, wir denken, jetzt wird es mir zu nahe. Noch vor einem Jahr wäre das überhaupt nicht der Fall gewesen und man den Anderen eigentlich auch eben als Betreuung empfindet und ganz viel schneller das Gefühl an der Grenze wird überschritten. Aber das ist ja ein wichtiges Thema in deiner Arbeit, Grenzüberschreitung und Macht. Das ist etwas, worauf du dich häufig damit beschäftigt hast. Wie bist du zu diesen Themen und überhaupt zu deiner Art Arbeiten gekommen, Videosprache, Körpermacht, all die Elemente, die da zusammenkommen, wie ist das den Stand gekommen? Ich habe als erstes Fotografie studiert, also sprich ich habe vor Fotografie sogar Germanistik studiert. Ich bin dann in die Fotografie, nach der Fotografieausbildung in Zürich nach Hamburg für meinen Master und habe dann in dieser Zeit in meinem Master vor allem Sound- und Audioarbeiten gemacht, also sehr viel mit Sprache und Sound gearbeitet. Aktuell fügt sich das sehr schön zusammen im Medium Film. Du hast Hamburg erwähnt, es gab dort eine Performance, die auf der Plaza der Elbphilharmonie stattgefunden hat, wo man auch gesehen hat, so Klang und Leute zusammen. Das war im öffentlichen Raum mit einem Publikum, das nichts gewusst hat von deiner Aktion. Was war das Ziel von so einer Aktion? In der Zeit, in der die Performance stattgefunden hat, das war zu Nacht. Ungefähr kurz vor der 12.00 Uhr kamen die Leute aus dem Konzertsaal. Also die Plaza ist dann sehr, sehr gefüllt, war. Die Besucher hatten gerade das Konzert hinter sich. Uns hat interessiert, wie sich ein Raum einnehmen lässt, über Sound, über Akustik, auch immer ganz fest knüpft an die Frage, wem gehört der Raum, wem steht er zur Verfügung und für wer ist er gebaut worden? Auch in den Arbeiten, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, schaffst du sehr häufig mit Leuten, die eigentlich nicht mit Kunst zu tun haben, die keine Schauspieler sind, keine Tänzer. Wie kommt das zustande? Das kommt daher, dass uns grundsätzlich eigentlich die Idee vom Experiment interessiert. Das gibt eine filmische Arbeit, die ich selber Protagonistin bin oder eigentlich Teil eben von so einem Experiment, zusammen mit einem Coach für Sprechen und Auftritt. Und dort ist tatsächlich zu einem Moment gekommen, wo eigentlich ich am liebsten das Setting verlassen war, weil die Situation einfach so anspruchsvoll war. Weniger wegen der Kamera als wegen der Lehrsituation, in die ich mich selber ja absichtlich begeben habe. Das heisst, diese Arbeit hat sehr viel mit dir gemacht oder vielleicht auch mit dem Sprechtrainer. Was erwartest du, was so etwas mit dem Publikum wacht? Also was soll das Publikum mitnehmen, das deine Videos oder deine Arbeiten schaut? Genau, ich denke jetzt gerade an unsere neueste Arbeit, die heisst «Survival Mode» und ist jetzt gerade im Kunstmuseum in Winterthur zu sehen. Dort geht es uns eigentlich darum, ein bestimmtes Gefühl zu transportieren. Die Arbeit ist dominiert durch das Gefühl von Beklemmung und durch Angst vom Gegenüber. Es geht uns darum, das Gefühl zu transportieren, aber auch eigentlich die Erfahrung, die wir mit dem Team während der Arbeit gemacht haben, in dem Setting, das wir erstellt haben. Es sollte aber auch nicht dabei bleiben, dass man in dem Gefühl von Beklemmung oder in dem Machtgefälle, der vermittelt wird, hängen bleibt, sondern eigentlich interessiert uns dann im zweiten Schritt, dass irgendeine leichte Verschiebung stattfindet oder eine Art Twist, den sie entwickelt. Jetzt bei dieser Arbeit «Survival Mode» ist eigentlich gerahmt eingangs und zum Schluss einer Tanzszene, in der einer der Protagonisten in den Tanz findet. Das ist etwas, das er mitgebracht hat, das sich in dieser Situation ergeben hat. Er findet diesen Tanz und das ist auch das Ende der Arbeit und ist eigentlich eine Art Befreiung oder auch ein Abschütteln des Gefühls dieser Beklemmung. Befreiung klingt gut, auch gerade zum jetzigen Moment. Wenn man an die Zukunft denkt, was wünschst du dir für die nächste Zeit? Für die Arbeit wünsche ich mir weitere spannende Projektmöglichkeiten, die auch zu realisieren, weiterhin so gute Zusammenarbeit und Leute, die sich darauf einlernen, so etwas mitzumachen und mit uns so ein Experiment zu wagen und generell oder gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir so viel, dass sich die Distanz, dass man die wieder weglassen kann, dass wieder andere Formen von zwischenmenschlichem Austausch möglich sind, dass wieder andere Formen von Interaktion möglich sind. In ihren Arbeiten beschäftigt sich Sarah Hablitzel oft mit dem Zusammenwirken von Körper, Sprache und Macht. Das macht sie sehr vielschichtig und äusserst sensibel. Sie sucht auch immer wieder neue Blickwinkel oder alternative Erkenntniswege. Ihre Werke sind installativ und ortsbezogen. Und nebst Performances und Soundarbeit schafft sie vor allem mit dem Medium Video. In ihren Grundhaltungen und Themensetzungen ist sie sehr aktuell und verfügt, nach Ansicht des Winterthurer Stadtrat, über ein sehr grosses Potenzial. Es ist mir eine sehr grosse Ehre, Sarah Hablitzel im Namen des Winterthurer Stadtrat den Förderpreis der Stadt Winterthur 2020, dotiert mit 10'000 Franken, zu übergeben. Ganz herzliche Gratulation. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.